Hallo, mein Name ist Angie, ich gehöre jetzt zum PTI Lauf-Team und nach langem Warten können wir endlich mit unserer Apotheken zu starten. Nächste Woche sind wir in Rhein-Main-Offenbach und hier sind 20 Hersteller, die euch tolle Sachen präsentieren. Hier gibt es Essen, Trinken, hier ist für alles besorgt und ich würde mich super freuen, euch hier zu sehen. Wir sind vom Wort- und Bild Verlag und freuen uns sehr auf der Apothekentour 2022 dabei sein zu dürfen. Wir freuen uns auf den Dialog und den Austausch mit den Apothekenteams, mit den PTAs, mit den PKAs, mit den Apothekerinnen und Apothekern. Wir freuen uns auf den Austausch, Fragen zu beantworten, unsere Produkte in jeder Lebensphase vorzustellen. Wir haben auch kleine Überraschungen mit Verkostung mitgebracht. Uns ist es total wichtig, mit den Apotheken und den Apothekenteams in engem Kontakt und Austausch zu sein. Und deswegen war die Gelegenheit super, hier nach zwei Dürrejahren der Pandemie wirklich einfach nochmal alle wiederzusehen und gemeinsam auch überlegen zu können, wie die nächsten Schritte aussehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.